Hallo und herzlich willkommen zurück zu neuen Folge ETS 2 im Singleplayer mit meiner Wenigkeit. Ähm, es kommt schon wieder nichts. Einer oder andere wird sich gesagt, meine Fresse, die Idiot liefert überhaupt gar nichts mehr. Es kommt keine Videos, es ist eine Scheiße, ich habe die Schmerzen voll, ne? Schätze ich mal. Aber, ich habe noch mal was versucht, jetzt mit dem Spiel nicht mehr als es ruggelt. Zumindest, zumindest in der Höhung ist es nicht mehr so. Ich habe noch mal versucht, ähm, Puzzle Ryzen 3 Scheiß-Mikrofon zu machen, aber es ging nicht. Das bin ich vergessen. So, jetzt muss ich mal in die In-Perspektive wechseln hier. Ich weiß nicht, es geht nicht, ich weiß nicht, was hier ein Problem ist, auch schon so. Ich weiß nicht, dass es nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, warum auch schon so. Aber, äh, ich versuche jetzt, ich habe wenigstens mal versucht, das Sachen vielleicht nicht mehr als es ruggelt. Und hier massiv 혼자 auch einfach als es wirklich ist, was viel nicht mehr als einer aufhörigen Ich habe auch wenigstens als es klettert Something nicht mehr als bei einer aufbren cafe wäre! wie viel da ist es schon mal her wo ich sitze mal dass ich es so gespielt habe wenn wir es jetzt nicht spielt aufgenommen ich habe ja geht schon über die Lösung jetzt schon geht schon über die Lösung hat scheinbar viel gebraucht ich bin es irgendwann am 4.000 oder 3.000 ich entschuldige ich möchte noch mal dass da nichts kommen aber das wäre ich nämlich damit befasst was das scheiß Mikrofon entgeht und dann kommt auch noch dazu dass ich dann noch mal geguckt habe welche Gruppe was ich anscheinend war ja nicht die Besserung trefft ich würde das Ding dein Leitplan beschuldigen was ist ein Rotterdam im Hintergrund so zu mir das tut mir so leid das ist mal genau so ist es nicht das hat glaube ich irgendwie im Schatten 30 Rotgele im Kammer Oberland also wirklich das wo eine Bullenhitze ich natürlich das wird eigentlich das darf sie von mir einfach so raus so ein Vogel ich habe mit meinen Leute vor wiederum gelöscht heißen in der Bullenhitze ich habe mir schon benutzen mich und die Komplätze sind stich gestorben das war also niemandem soll ist also wirklich das war gerade nur fließen ist zu heiß aber es wird doch nichts ist auch hier ein flüßtemperatur also das ist jetzt das ist eine scheiße die mit also gesagt war dort ähm flüßtemperatur beträgt hier hier rein ich weiß ich weiß alles denn und ich muss ja rüber flüßtemperatur beträgt 20 Grad 20 Grad ich bin es ist echt ein Witz ist das doch das geht genau die ins wurde ein Bremst du? Was ist denn das für eine Scheiße? 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 jürgens in der kacke öffnen schützen es ist eben auch es ist wirklich das ist das allerletzte so ist nur noch kurz sowas ist falsch so bei uns wird das spielten im schönen wenn ich mich so dran vorwissen muss alles so geht es nicht Nein, jetzt sieht es nicht so aus. Jetzt muss ich das tun, aber ich muss das tun. Ich muss das tun, aber ich muss das tun. Jetzt stimmt das nicht. Ich muss mal kurz was ändern. Ich weiß. Das war jetzt mal übel. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Motorrad. im büro so besitzt geht es wohl ich hab jetzt hier an den brenzbedeuer gerobt wie sie beschauer so schein es wohl zu gehen aber öfter zurück und es trotzdem mehr du musst auch leidlöse es ist scheiße es gibt sich die Menschheit ist das Problem niemand will wie die Szene wo alles verruckelt und verwackelt und alles mögliche was ist das nicht die 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 nur war beste Mutterbremse drinnen nein Ich kann es ja auch schnaufen, ich weiß nicht, dass das scheiß Bild wieder vorne vor Ich tue mir die ganze Zeit ins Wundersicht an. Jeeh 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 Werde so um ganz nun weit zu machen und jetzt die Zeit in den Gruppen es nicht sehen muss sich so ein Grund und es geht um so lange das ist ja irgendwas wollen ich jetzt mal noch mal entscheiden wo er nur zu demonstrieren das ist ja echt zum kürzen wenn ich drücke jetzt jetzt ist das angeblich ich drücke jetzt na also es ist echt muss ich noch mal ein blinker anhören das ist ein gesunder blinkerrhythmus nicht so geht es nicht ich bin heute muss ich heute und jenes gekückelte ich hab mir heute Abend Eierkuchen gemacht wer es kennt lecker lecker Eierkuchen an Eierkuchen in der Eierkuchen in der ein Eierkuchen und so das ist ja was ist hier und es ist ja eigentlich gern wo ich mich die Schmerz im Rückspiegel und ich habe gesehen das war schnell und das ist mir scheißegal ich bin im Spiel ich hoffe alles ich bin der Hörschule zu spielen wird es nicht umso alle sind vor ihm zu tun und auch die jemini jetzt gibt es mich im Kursschluss war und muss es uns Ich drücke jetzt, oder? Und dann kommt das Geräusch. Jetzt. Jetzt. Und ich drücke das erste Mal jetzt und drücke ich. Und ich drücke das zweite Mal jetzt. Und du rückst sowas auf. Jetzt. 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 Ja, das ist schon nicht gerade gut. Ich da, was ich gerade auch in Gedanken mache, denn er kann sich hier hinten so schnell auf Brase zieht. Guck mal das. Das selbe Verkauf, die ich immer hätte vermeiden lassen, wäre ich ne, ich ober so ein green. Schau mal, das ist ein greener Randbein. Ich bin ewig nicht geblitzt worden, du, das gibt's doch nicht. Ich gar nicht erlebt sowas. die die ich habe jetzt hier mal letzte Zeit wo ich auf dem Konzert ähm der Typ und ich bin jetzt hier nööö rüberfahren ne in diesem Jahr äh Stereo Lux ist der Typ also wirklich die sehr geile Musik nicht alles so das ist immer ein Stereo Lux eingeben die Menschen die Spiezer die Schuhe und so auch Montage ich bin es folgt bei 2.0 ich bin schon immer besorgt wir sind dann hoch geht aber ich spitz meistern und möglichen als Versuch draußen sind das ist echt und macht ihr und heute Morgen hat es noch äh gestern Morgen hat es noch geschüttelt und streben und jetzt geht es mir so jetzt ist es mir schon mal und jetzt ist er mit mir zu treiben sind 828 und wenn es ein Schott im Schatten in Futsch in der Sonne also Knappel Futsch also Futsch war ein bisschen Futsch ist ein bisschen zu hoch ähm ich sag mal 35 bis 36 Grott in Sonne gewesen in der Preise im Schatten 30 Grott das ist schon eine heiße Nummer das hätte immer das haben sie dann immer auf die Philippinen um sie sowas also es ist schon heftig was da jetzt heute ja gut Innsbruck wo steht da wollen wir die Abkürze über die Wiese nehmen, oder? Nein, das ist heute Abkürze aber jetzt müssen wir jetzt mal klappen ja so jetzt müssen wir jetzt mal inspruch und so einstellen aber kommen wir in den iPhone zuhören ja jetzt müssen wir jetzt mal inspruch und so einstellen die lagen so alles wird immer drinnen rein von oben Und das hätte dann nämlich da vorne mal abbiegen können. Aber dann können wir doch schon rein nach Innsbruck. Ich weiß gar nicht, wo es mich da hinten weiterführt. Weil ich wollte eigentlich ursprünglich nach Innsbruck fahren. Und da ist in der... in der deutschen Heimatsprache Innsbruck genannt. Und da bieten wir jetzt mal eben ab. Ja, das ist doch noch schon da. So. Ich wollte sagen, wir haben das Ziel erreicht, ja? Also ich guck jetzt mal eben, wo er mich hinleiten wollte. Ja gut, ich muss jetzt die Folge gleich mal wieder beenden. Wo wollte der mich denn hinleiten? Wo habe ich meinen Wegpunkt... Ähm, in München habe ich meinen Wegpunkt gesetzt. Ich wusste nicht, ich wollte eigentlich hier hin. Äh, hallo, nicht dorthin, Feueramt, Schluss. So, wir sind da. Ja. Man wird doch mal wenigstens wieder in Deutschland. Tirol, nee. Ja, wisst du was? Wir brauchen das Auto jetzt hier. Es wurde also ein LKW besser gesagt. Na? Was wird das jetzt bitte gerade? Das können wir schon. Das klang wie, als wenn jemand, äh, in der Spritz abgelassen hätte. Kann noch Arsch besorgen sein. Na gut. Ehm. Ja. Ich würde sagen... Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, ich versuche einfach mal wirklich das, äh... um diesen... das sind hier in Kontrolle zu kriegen. Denn das geht ja wirklich so weiter. Mal sehen. Na gut. Also, müssen da mal unter... like, teilen, äh, kommentieren... und abonnieren. Wenn man will... Äh, bis zum nächsten Mal, dass man da mal unter... Ich wünsche euch einen schönen Abend. Sachsen-Gemotzen. Ich bin raus. Tschau.